Das Gehör ist individuell bei jeder Person. Ein grosser Teil davon hat mit der Form zu tun vom Aussen. Das Gehör, also vom sichtbaren Teil, wächst. Darum gehört jeder Mensch ein bisschen anders. Unsere Ohren wachsen ein Leben lang. Man weiss nicht genau warum. Es gibt eine Theorie, dass man sagt, weil das Gehör ja über die Jahre schlechter wird. Darum wird das Gehörmuscheln grösser, um mehr zu einfangen. Das Gehör an sich ist etwas, was man schlichtweg einfach hat. Wir als Stimmer üben natürlich das Stimmen üben. Wir üben, wie man auf die richtigen Frequenzen hört und die richtig stimmt. Es ist eigentlich alleine die Trainingssache. Jeden Tag üben, jeden Tag sich auf das Konzentrieren. Es ist schlussendlich eine Konzentrationsfrage. Man kann aber an sich die höhere Leistung nicht verbessern, sondern man kann einfach lernen, auf das Richtige zu hören. Bei den Kundenstimmungen ist es so, dass man in den meisten Fällen einfach unsere Stimmung auf das Klavier überträgt. Es gibt nicht die richtige Stimmung. Und darum ist jede Stimmung von jedem Stimmer sehr individuell, hat leichte Differenzen darin zu anderen, ist aber in diesem Sinne nicht falsch. Es ist einfach seine Art, das Klavier zu stimmen. Das sind ganz, ganz kleine Unterschiede.